Morgen Leute, im Nahkon Ratschakseema findet eine Großausstellung statt, in der die einzelnen Gemeinden und auch weiter weggelegene Provinzen ihre Produkte ausstellen, in der Hoffnung neue Kunden, auch Großkunden zu gewinnen. Wir trinken erstmal einen Kaffee und stürzen uns dann ins Getümmel. Wie der Parkplatz belegt, ist die Ausstellung bereits gut besucht. Und rund um die Ausstellungshallen oder Ausstellungszelte, bieten die lokalen Händler ihre Waren an. Also nichts Besonderes. Wir sehen uns mal um, dürfte ziemlich laut werden. Wir sehen uns mal, dann nach den Ausstellung zu können. Wir sehen uns mal ein, was wir definiert, mit dem Kaffee zu machen. Das ist das alles. Wir haben hier die Wir haben hier die Eier-Modelle 2-Jose in der ersten Woche Das ist das Wart, in den ersten Woche Wir haben hier die Garten für die Verwanderung im Vorderung Wir werden hier die Eier-Modelle Wir haben hier die Eier-Modelle Und dann haben wir eine Eier-Modelle Wir haben eine Eier-Modelle Die haben wir in den nächsten Jahren, um so zu definieren. Wir haben die Verwuchte für die Verwuchte, die sich in die Verwuchte des Verwuchtes abzuhören. Was ist die Verwuchte? Wir haben die Verwuchte, die wir nicht möglich, was wir wieder präsentieren können. Wir haben die Verwuchte, die Verwuchte, die Verwuchte und die Verwuchte. Ja, wir haben zwei Leute. Das ist ein Kaffee. Bei mir ist auch so großartig. Sieht schon aus, Kaffee. Ich bin das sehr gut. Sieht nicht davon aus. Nein, du bist zu. Das kann man ja nicht. Ich bin der Kaffee, der Kaffee, oder? Ich bin der Kaffee. ich bin der Kaffee. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. 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 ... 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